Hey Leute, ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert einmal meinen Kanal, sonst seht ihr immer die aktuellsten Videos. Hier liegt nur jemand, aber die haben ja alle nichts. Ah, Dr. Horne Yu, was für eine Verraschung. Ihr Anzug. Was steht da auf dem Schild? Sie töten die Bestie selbst. Wenn Sie hier reinkommen wollen, dann gehen Sie etwas für mich holen. Okay. Was soll ich machen? Wenn Sie eine Schlüsselkarte zumindest hätten, das wäre schön. Wenn Sie eine Schlüsselkarte zumindest hätten, das wäre schön. Keine Sorge wegen Strom. Flackern. Ich setze. Hm. Hört diechen hier aus. Ich bin hier echt an der richtigen Stelle angekommen, wa? So. Dann wollen wir mal gucken, hier Daten. Nein, das klang ernst. Deshalb wollte ich mein Transcribe ausschalten. Unser Spiel aufzunehmen. Du fragst mich, ob es in Ordnung ist. So. Was ist denn das? Nö. Ähm. Okay. Schatzsuche. Ich hab was gefunden. Okay. Schatzsuche. Ich hab was gefunden. Eier. 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 Mensch, diese Tonlage. Man kommt hier kaum zum Quatschen. Dadurch, dass die hier so ein bisschen... eine Scheibe drehen. Ok hier war ich ja schon gewesen. Ab LaughingQuartier. Entriegeln Was sollen wir denn hier nehmen? Ah, Passwort gibt es nicht Was kann man denn hier nehmen? Also ich sehe ja nicht weiter Ja Wenn ich das Passwort wüsste Ich mache jetzt mal hier so Sachen Teilen Okay Ähm Ich packe mal einige Sachen hier aus Weil Ehrlich zu sein Brauchen wir einiges gar nicht So Dankeschön Äh Nehmen hier Ja, mir fehlt ein Passwort Hallo Hallo Ich kann die Dinger auch hacken? Wusste ich gar nicht. Okay. Dann gehe ich jetzt mal hier raus. Wow. Ich habe das letzte Mal den Kopfschüter gehackt. Okay. Okay. Wow. Okay. Super. Ich versuche Abby zu erreichen, aber sie geht nicht nach. Okay. Hat nichts Besonderes. Krass. Ähm, Dateien. Weitere Neuromods. Das ist super. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mir kommen auf jeden Fall Stücke vor. Das ist ein Bereich, den ich gar nicht kenne. So. Von da aus kam er doch. Aber wie kommen wir jetzt hier wieder?